Für dich. Aus Köln. Okay. Tag. Und? Kommen Sie heute Abend auf die Feier mit Marie? Heute ist Weihnachten. Deswegen ja. Ja, ja, macht immer euren Kram, wir machen unseren, ne? Na gut. Ich hab deinen Vater gerade gefragt, ob ihr beide heute Abend noch zu uns kommen wollt. Weihnachtenfeier. Er hat gesagt, nee. Du kommst, ne? Marie. Komm mal, erzähl mal. Was macht ihr so, ihr beiden? Du und Lars. Die ganze Zeit. Interessiert mich. Unterhalten, reden, reden. Aber was reden? Was reden? Das interessiert mich. Was? Erzähl mir bitte, was ihr beiden, du und Lars, miteinander redet. So, pass mal auf. Du gehst da nicht hin. Ist das klar? Entschuldige, Marie, bitte. Entschuldige, Marie, bitte. Entschuldige, aber was? Aber hör mir doch wenigstens mal zu, bitte, Marie. Was ist Marie, bitte? Marie, bitte. Was? 15 Jahre Heizabend selbe. Du, dich selbe. Aus, witzig, Salat selbe. Du, neue Freundin suchst. Du, meine Leine ab. Du kommst frei für eigenes Leben. Du, meine Leine ab.